Ich grüße Sie und wir nehmen Sie gerne mit weiter in diese noch sehr junge Woche. Bei uns geht es unter anderem um wildes Wetter und vieles mehr jetzt. Überschwemmungen, Autos und Keller im Wasser und Chaos auf den Straßen. Es war ein tatsächlich ziemlich ungerechtes Wochenende, was das Wetter anging. Während die einen schön in der Sonne saßen, mussten andere damit leben. Ja, in den Vorgärten stand plötzlich das Wasser. Wie war Ihr Wochenende? Hoffentlich eben nicht so, vielleicht aber doch. Wir schauen auf das Wetter und die vielen, vielen Folgen heute. Das könnte uns weiter durch die Woche begleiten. Wir gucken auf ein Thema gleich. Soweit sind wir tatsächlich schon. Inzwischen gibt es tatsächlich Impftermine, die bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten werden. Visa News kann sowas sein und wie kann man da entgegenwirken? Thema heute später noch bei uns in der Sendung. Erstmal Ihre Bilder. Einen Elefanten mal nah zu begegnen, davon träumen sicherlich viele. Und der, den wir Ihnen jetzt zeigen, der kam sehr nah. Das kann man dann tatsächlich auch wieder beängstigend finden. Schauen Sie mal. Wir sind noch mal ganz aktuell beim Fernsehgefühl von gestern Abend. Wer gestern Tatort geguckt hat, da saß der möglicherweise wirklich kopfschüttelnd vor dem Fernseher und hat sich gefragt, geht das wirklich tatsächlich zu, mitten in Deutschland? Es ging nämlich um einen Mordfall in der Berliner Immobilienbranche. Und die dramatische Frage, die da behandelt wurde, ist, wie weit ist man bereit zu gehen und Dinge auszuhalten oder zu tun, um eine Wohnung behalten zu können? Natürlich war das hier im Tatort ein sehr zugespitzter Fall. Und dennoch haben wir uns gefragt, wie weit weg ist es eigentlich von der Realität? Oder anders, wie erschreckend nah dran ist es eigentlich? Ein sicherlich zugespitzter Tatort. Aber wir haben mal gefragt, wie nah oder weit weg sind wir da eigentlich von der Realität? Um Betrug geht es jetzt auch. Das sind Fälle, die wirklich alle verärgern. In diesen Zeiten, die allen ja so viel abverlangt haben und wo auch viele wirklich gut durchgehalten haben. Umso mehr ärgert ist, wenn man dann von Betrugsfällen hört. Und nach Maskendeals und dem Verdacht von Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren, all das gab es ja, schwappt jetzt wieder sowas hoch. Und da geht es um Deals mit Impftermin. Die sind knapp, das hören wir gerade überall in den Nachrichten. Der Impfstoff fehlt einfach in diesen Mengen. Und nun passieren die verrücktesten Dinge. Bis hin zu Angeboten von Impfungen bei eBay-Kleinanzeigen. Also das Thema kocht gerade richtig hoch. Es gibt, können wir Ihnen als Service sagen, auch Apps und alternative Impfportale. Das haben wir uns alles näher angesehen. Das haben die Online-Kollegen getan. Und Ergebnisse finden Sie auf brisant.de. Der QR-Code führt Sie ganz einfach zu unserer Seite. Handy gegenhalten, schon sind Sie da. So, es soll jetzt noch gehen ums Thema Urlaub. Dass man sich über solche Bilder mal wieder freuen würde, über Schlangen vor Abflug schaltern. Aber genau so ist es eben. Endlich geht es wieder Schritte Richtung alte Normalität. Und viele haben die Koffer bereits auch schon gepackt. Und andere planen ganz mutig jetzt den Sommerurlaub. Was man denn noch wissen sollte, wohin man bedenkenlos reisen kann, all das verraten wir Ihnen jetzt. Und wer kann, der ist vielleicht schon am oder auf dem Wasser, wenn er denn das schöne Wetter hat. Das ist ja gerade ein bisschen ungerecht. Das war ja schon Thema bei uns in der Sendung. In Hamburg gab es jetzt einen größeren Rettungseinsatz, weil eben ein Sportler gar nicht mehr aus dem Wasser raus konnte. Worum es da ging, erklären wir jetzt. Es ist schon verrückt. Man kann natürlich nicht einfach in eine Bank rennen und die ausrauben. Also zumindest kann man es nicht, ohne dass man strafverfolgt wird. Wenn man aber sehr reich ist und die Steuerbehörden übers Ohr haut, ist das auch verboten. Kann aber tatsächlich gut gehen, wenn man denn die richtigen Schlupflöcher kennt. Außer man wird sowas hier ertappt. Das ist im Fall von Cum-Ex-Geschäften passiert. Ein Milliardenbetrug wurde da aufgespürt. Wie das möglich war und für wen es jetzt tatsächlich eng werden könnte, das berichtet uns die Frau, die wirklich wie im Krimi diese Betrugsfälle entdeckte und aufgearbeitet hat. Es ist eine ziemlich verzwickte Geschichte, aber so ist es ja oft, wenn es um richtig viel Geld geht. Die hier mutig gesprochen hat, und das tut sie auch heute Abend in die Story im 1. 22.50 Uhr. Geht es los, empfehlen wir Ihnen sehr. Und wir gucken jetzt weiter auf die Prominenz. Das zweite Royal Baby ist da von Harry und Meghan. Und jetzt wird viel gerätselt über den Namen. Wir erklären Ihnen. Machen wir jetzt in Brissern prominent. Und schöner kann man die Prominenz in der neuen Woche ja gar nicht beginnen als mit einem Baby. Prinz Harry und Meghan sind zum 2. Mal Eltern geworden. Tata. Und spannend ist ja immer, wie heißt denn nun das Kind? Und da scheinen die beiden an die berühmte Queen gedacht zu haben. Möglicherweise ja als Zeichen der Versöhnung. Es gab ja doch Streit. Und der zweite Name ist eine Erinnerung an Diana. Es gab nun heute ein sehr lustiges Bild. Und es haben vielleicht das echte Paar, das echte Baby und was es alles für heiße News gibt. Genau, dann das echte Bild. Und natürlich gibt es viele Reaktionen heute. Und wir wollen direkt mal dort nachfragen, wo die Queen zu Hause ist. Bei Annette Dittert, unser Queen in diesem Fall, unsere Korrespondentin. Liebe Annette, was sagen denn die Londoner? Natürlich haben Sie heute auch dort in die Zeitung geguckt. Was sagen die Hofberichterstatter? Wie sind die Reaktionen? Und sicherlich wird auch in Großbritannien ganz genau zwischen den Zeilen gelesen. Es hat ja doch viel Streit gegeben in der Familie. Wie sind denn nun die Reaktionen heute vom Palast? Was haben Sie da im Einzelnen hören können? Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Annette Dittert, vielen Dank. Und wie alle Eltern das kennen, wenn so ein Name erst mal feststeht, alle diskutieren mit in diesem Fall noch mal mehr. Dankeschön nach London. Und wir haben noch mehr Bilder zum Mitfreund. Ja, es war viel los am Wochenende. Es war nämlich auch noch ein Nationalfeiertag in Schweden. Das ist der Tag, wo die dann diese schöne Tracht tragen. Und da sieht man mal Bilder, die man sonst eher selten sieht. Nämlich die Kinder. Es geht hier um Kronprinzessin Viktoria und ihren Mann Daniel. Und das sind natürlich Bilder, die sind seltener geworden, dass man auch mal die kleinen Kinder da in Action sieht. Und während es ja in manch anderer royalen Ehe mal kriselt bei diesen beiden, scheint es weiter glücklich und stabil. Und das dürfte die Schweden sehr freuen. Wir schauen mal mehr rein in die Feierlichkeiten. Und wir gucken jetzt noch mal in einen prominenten Kleiderschrank. Wenn Sie noch hadern, ob Sie die alten Kleider im Schrank vielleicht mal wieder ausmisten sollten, hat sie, Schauspielerin Brooke Shields, nicht getan. Und heute sagt sie vermutlich zum Glück. Erklärung folgt hier jetzt. Genau, einfach mal drüber lachen. Er war die eine Hälfte des Duos Rosenstolz. Bis heute trauern viele Menschen dieser Band hinterher. Hoffen auf ein Comeback. Ist noch offen. Bislang nichts dazu. Peter Plate macht aber weiter Musik. Er schreibt erfolgreich für andere Songs. Und er macht Musicals. Und da gibt es jetzt was Neues. Und das hat mit der Serie Kudamm 56 zu tun. Und es ist ein schönes Zeichen, dass solche Projekte jetzt wieder möglich sind. Wir sind doch noch jung. Das nehmen wir jetzt mal raus für heute aus dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen guten Abend. Würden gern weitermachen. Morgen schon 17.15 Uhr. Tschüss.